ja meine lieben herzlich willkommen in mp und galactic survival herzlich willkommen bei abonacho und bei ommen natürlich bei ommen natürlich moin moin so jetzt haben wir hier unten die viecher wollen wir die einmal kurz looten wir müssen ja wieder hoch naja aber die lohnt sich die haben öfter mal so mit dem x dabei der sieht geil aus ab scheiße ja so jetzt nicht mehr der blöde jetzt was hier gegrunzt hat die ganze zeit nee das ist immer noch in der basis drin und ich nehme auch an da unten wird auch entsprechend zeug drinnen sein wenn wir erstmal gucken was der hier hatte tabletten hat er dabei kleiner druggie und ich gehe nur ellen teil und tue es aber da kommt noch was angesprungen wo denn muss erstmal nachladen cheffe guck mal hier wo denn wo das war es schon die stadt kann sie ist so recht wirksam okay ich habe die alien teile liegen lassen ich weiß nicht wo die brauchen ich weiß eigentlich kommen lassen sie liegen die vielen station sieht so geil aus ganz ehrlich ich nehme mal ein bisschen sauerstoff könnte ich auch gleich mal geworden jetzt weiß warum ich die flaschen hergestellt da wäre allerdings so teurisch von lügen ja ich werde aber immer noch ein irgendwo läuft sie noch einer rum wo ist meine knapper dort der versteckt sich der alte und ja irgendwo ich glaube der ist oben irgendwo ich glaube eher dass hier unten irgendwo ach das ist nur so viel das lassen wir so wollen wir wieder reingehen ich bin ja schon drin du bist schon ich baue mal ganz fleißig den generator ab das ist aber schick dann komme ich einfach mal hinterher ich höre die viecher direkt über uns habe ich so was gefühlt ja ich glaube auch was war das denn für ein geräusch das war ecker da ist nix da ist nix da ist nix ich nehme schon mal die schrot in hand und dann geht das schon ach so dahinter werden sie sein hier hinter dieser tür ok oh warte mal na nix ok 3 stück waren das ja oh wie schön das nehmen wir aber mit da sind wieder eine menge erze drin hier guckst du gleich gleich oh erst mal gucken im kühlschrank was drin ist ja das ist ja immer ganz praktisch hier in dem hinteren loot container da ist noch so zeug sind die einfach abgebaut die dinge aber das zeug hier das ist ja ordentlich schlecht das nehme ich mit kann man ja brauchen vor die tapete hier guck mal das blaue da kannst du mal sehen die legen auch ein bisschen wert auf wohlfühl oh der ist runtergefallen auf wohlfühl atmosphäre da guck dann haben wir doch die eine kolonie schon mal durch die ärgert uns nicht mehr ich glaube drüben auf der seite könnte es noch was geben dann geht das schon mal gucken hast du dir die erze rausgenommen ja gut die alien container abzubauen übrigens ich glaube das bringt nix ich nehme die illusion nicht so jetzt danke ich noch mal schnell lauerstoff nach und noch was gefunden ich guck mal ob hier noch was drin ist hier unten ja dann würde ich sagen gehen wir zu unseren raumschiffen und guck mal wo denn die nächste station ist wo die lichter ab okay na gut dann können wir den ganzen kram in die lustig reinpacken ja was ich habe eine pflanze für ein vieh gehalten das sind pflanze für ein vieh gehalten ja ordentlich wow also die laser pistole die schmeiße ich wieder aus aus meinem inventar ja die ist ein bisschen bullshit die macht viel mehr spaß ja warum will ich denn jetzt das ding nachladen ne warte mal das ist die laser so ist richtig die habe ich mir noch nicht nachgeladen ja deswegen sage ich ja packen wir den ganzen kram in die lustig und dann können wir weitermachen sauerstoff der blinkt der blinkt so kann ja dafür hast du ja die dinger inventar wo sind die dinge eigentlich da sind die dinge ja die musste quasi puttern also richtig viel sauerstoff bringt das netten also das kleine fläschchen ne deswegen sage ich also davon brauchst du fünf stück und fünf davon oh ein golem oder so zwei golem das ist schön die haben auch mal ein bisschen aber da kannst du dich da hinten ist auch wenn man sich echt dran durchschießen so weil die haben ja prometrium warum mach ich weiß ich nicht die laufen damit halt gerne rum knallköpfe ja siehst du hier auch wieder bisschen schattern bisschen nimmst du mit oder was dann ach nee dann warte dann nimm ich es mit mal direkt so lustig das ist ein riesen ding hier ja ich bin gerade am gucken dass man da auch rüber kommt ja ich bin drüben hallo lustig ich habe mir dabei weh getan am rüber gehen die mediepacks sind ja gott sei dank ziemlich einfach herzustellen mal komplett relativ okay das ist echt ja wenn wir wieder zuhause sind eine frontdüse ein frontgeschütz und das ding ist wieder klar und da oben haben sie mir einen block raus geschossen bitte nicht in den linken container weit rein tun da fehlt vorne der block ich mache in den rechten hinten rein ja die sind ja mal unverschämt hast du nicht den kühlschrank hier auch gehabt da mhm ich mache mal kurz ein bisschen power ah nö fliegst du ja weg ja ich habe hier kein sekundär und primär system deswegen nein wie kannst du nur ich sag dir ja schlimm noch jetzt muss ich dann mal rüber zum moppel der ist 170 meter weit weg na nö na nö da hätte ich dich doch kurz hinfliegen können machst du alter ich habe gedacht ich habe das jetpack an hast du nicht gehabt ne was sagt uns das fünf meter links ich wäre tot ja hast du also falsch gedacht das kostet ein medipack digger scheiße doch wie das mit der zu machen ist mit unter augen müssen doof das geht nicht immer so wie das soll das doch auf dem frischluft ich habe rein gefurzt eh deswegen wollte ich dazu machen damit die aliens gar nicht auf die genannten kommen da rein zu schießen weil wenn du das schon eingehen lassen hast ne wer will das schon sei froh dass du nicht angegriffen wirst du meinst wegen dem ja jetzt gehts dazu da ist ein minenkomplex grad zu ein bienenkomplex genau ein bienenkomplex ein minenkomplex da muss ich mal gucken ein kombüsenkomplex wo denn äh wenn es das ist was ich meine prometium jetzt haben wir aber kein kein dingens großartig mit nach mein dingens ne dingens habe ich nicht aber ich habe glaube ich was und ich weiß nicht habe ich was im abbauen dabei ach da fliegen wir später direkt mit dem großen hin guck mal hier minenkomplex werd ich hier angegriffen ne gell da unten phänomen warte ich komme zu dir du bist ja schon wieder am abbauen ich werde angegriffen auf jeden fall Achtung es schießt ganz fröhlich ich muss ja mal gucken wo du bist wahrscheinlich dort wenn ich das jetzt äh boah shit fliegt da raus fliegt da raus äh richtige richtung ja oh der schießt aber ordentlich ja der haut ganz schön raus hier ne so ja mal gucken sieh mal zu dass du so mindestens 600 meter von weg bleibst 400 hab ich jetzt ach ich glaub der schießt er noch wir haben ja Kaffee mit aber 400 schießt er nicht ne ne ok hier runter pack das ding hier hm ich gebe auf 501 runter so du hast meinen Moppel angegriffen boah es ist hell hier ich bin blind da gibt es gleich ein bisschen Kaffee und äh dann lass mal gehen ich bin blind voll hell hier hinten mal gucken mal gucken 1 2 3 dann wird er vier Geschütze haben mindestens ja da hinten ist noch ein viertes ok ne die treffe ich noch nicht ne erst bei 350 so in etwa also der hat wohl ich glaub 380 oder 400 reichweite so ich fang schon mal an mit der linken Seite ne da wäre gar nichts da schießt er zum teil echt durch die Flieger durch der will wieder veräppeln ja Moment schießt er komplett durch wo bist du eigentlich da ja da ganz links au Katze läuft voll über meinen Arm drüber ich schießt komplett durch jetzt habe ich ihn getroffen ja ich jetzt auch ich schieße ihn auch nach nimmst du die Beine recht sich die Beine links sieht so aus gucken wann sie denn mal kaputt sind ah jetzt ist er kaputt das Nachladen ist jetzt muss der Alarm ah der ist ja auch schon weg da muss ja mal gucken wann ich den mal treffe geht's doch gar nicht merkst du da ist ja nicht durchschießen angesagt er ist weg der ist weg ich treff den erst gar nicht der kann ich machen was ich will ich will jetzt nen Rocket Launcher nehmen und drüber schießen dann oder ne Nape ah da gibt er doch nur 300 Meter das wäre der Geschütz ne hier gibt 350 irgendwie hat ich ja auch eben gar ok aber da werden eventuell auch wieder Viecher drin sein müssen wir aufpassen aber der ist auch weg und äh und äh ich nehm direkt nochmal Sauerstoff mit drin boah Sauerstoff hab ich nicht mehr viel Scheiße ich hab ja noch was mit ich hab jetzt leider nichts mehr mit du könntest jetzt eigentlich wenn du willst mit dem Moppel da ist ja Sauerstoff dran schon hinfliegende Geschütze sind ja weg aber Moppel ist jetzt nicht hier ach der ist zu weit weg der Moppel wo bist du das da ich schieße hier gerade ach so du bist schon dran ah hier ist ein Geschütz wer muss da auch passen Granaten ne gell ne nimmst du einfach mal direkt die Shotgun wo ist es denn das Alien Ding da unten ey das nervt voll rum ey ach da ist ein Geschütz einmal mit der Shotgun und alles weg hier gleich ein Loch reingeschossen gleich ein Loch reingeschossen Acht geben das war einmal Alien aber ich hab schon wieder Gesundheit so wenig das gibt's doch gar nicht und äh der hatte was dabei gehabt warte mal ich schluck mal hier ein bisschen Medikit hier sind ja ne Menge Kisten Sauerstoff hab ich noch ungefähr ein Viertel da ist noch einer hast du schon gelootet die Dinger ich bin grad dabei da ist nix drin in den Kisten ist ja mal sowieso lieber drin ich hab was geschossen du oder weißt du die Geräusche was ist das weißt du nicht aber ich find's lustig ist das hier oben drin in den Kisten ist natürlich mal wieder gar nix drin mit den Frachtboxen jo ja los was ist das für ein Geräusch weiß ich nicht aber ich find's lustig wow ja ich hab mal die Tür aufgemacht ähm wollen wir erst nach oben oder erst nach unten ach du bist schon unten ich bin hier dann wäre das wohl oben irgendwo könnte ich mir vorstellen hier geht's ja gar nicht nach oben da geht's aber nicht rein irgendwie boah boah hier sind voll viel Container noch hast du die schon gelootet hier oben auch äh die die da unten ein Stockwerk tiefer hast du alles schon gelootet ne ja da war ja nix drin hupp 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 bedeutet dass ich mal wieder eine ganz lustige Hüpferei hab wo ist dann jetzt der Kern oh hier geht's rein oh okay irgendwas ist hier explodiert ja du hast doch Quatsch gemacht hier schon wieder ja ich wollte eigentlich ja nur ähm ein Loch rein machen ich glaub das ist möglich was hast du gestroffen das scheint sowas wie eine Commanderzentrale zu sein da oben hab ich jetzt hab ich Jetpack an ja also der Kern ist ja noch nicht aus nee nee deswegen schieße ich hier ich weiß ja nicht wo der Kern ist den suche ich ja grad also um wirklich auseinander zu nehmen ist die Shotgun eigentlich recht gut ja aber wo kann denn der Kern dann was sind das für Geräusche hm also da oben war ansonsten nix mehr da oben war ansonsten nix mehr sagst du nicht wirklich so direkt aber hier geht's rein wo denn oh scheiße ich suche mich gerade oh doppeltes Geschütz scheiße Transportbox kaputt oh verdammt hier ist so ne Standard Transportbox ja ich glaub das war eine ja da komm ich gar nicht ran achso wie ein Kern wo wir das machen langsam scheiße toll oh da sind aber noch noch ein paar mehr schon im Zickzack ja ich bin gleich alle da musst du unbedingt ein Medipack nehmen jo ich laufe hier gerade mal na ne jetzt hab ich so ein Container zerschossen oder was mach doch sowas nicht na da musst du echt aufpassen mit den Flächern so brauchst du ein dickes Medipack ne ich hab jetzt eins genommen aber die sind es macht keinen Spaß da rein zu gucken die sind grundsätzlich leer ja alle wofür nimmt man so ne Basis auseinander wenn da nix drin hält macht ja kein Spaß wo ist dieser dieser Kern weiß ich nicht was machst du das war nicht ich ja also hier leuchtet irgendwas rot hast du ihn gefunden auch alles leer ah hinter uns ist ja warte warte ich komm ich komm wo ist er denn ach da transportboxen die können ruhig zerschossen werden da ist eh nix drin so uh der Schülz danke warte lass mich erst nachladen bevor die jetzt hinten weiter rein ist weißt du lade auch nach hast du genug dicke Medipacks ich brauch Sauerstoff sehe ich grad dann komm her bevor du dahin gehst jetzt macht der hier schon wieder alles klar da oh da hinten Kopfnicker mhm dann hat keiner so überreicht zu gut er kommt wow so auch weg komm her dann kriegst du Sauerstoff wo ist er denn dahinter ist auf jeden Fall auch noch was bist du da bitteschön ich bin hier hast du Sauerstoff oder erstmal nehmen sonst na nö und dauern ist das auch noch weit oder was der Kern wird hier unten irgendwo sein denke ich ich hab jetzt erstmal das Zeugs hinten rausgeholt wollen wir hier durchgehen warte 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 gehen wir dann hier durch ne nachgeladen noch nicht ganz ne das machen wir in der nächsten Folge nachladen nein durchgehen 19 Minuten 19 Minuten dann machen wir Schluss mit lustig rechts von uns ist da glaube ich auch noch was jo aber was denn da ist sehen wir beim nächsten Folge genau würde ich sagen bis dahin Bye Bye